Okay, dann schreibe ich immer. Bin ich mal gespannt. Okay, sie liest es. Oh mein Gott. Nee. Oh oh. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Schatz. Was ist los? Ich hab was vergessen. Was hast du vergessen? Können wir nochmal bitte zum Supermarkt fahren? Warum das denn? Du wolltest ja schlafen. Nee, ich möchte nicht schlafen. Ich habe mir überlegt, dass ich heute Abend für dich koche. Echt? Du möchtest kochen, ja? Ja, auf was hättest du denn Lust? Steak oder Lachs? Ich würde dann ein Steak nehmen einfach, ne? Hast du vielleicht auch Lust mit mir heute einen Actionfilm oder einen Horrorfilm anzugucken? Actionfilm oder einen Horrorfilm? Ja. Ja, so ein Actionfilm wäre schon was Feines, ne? Ja, das hätte ich mir gedacht, hätte ich richtig Lust drauf. Ja, okay, wenn du auf einmal Lust hast, einen Actionfilm hast, dann komm mal Actionfilm. Können wir dann auch kuscheln gemeinsam, Arm in Arm einschlafen. Können wir machen, ja. Deswegen fahren wir jetzt schnell zum Supermarkt, damit ich noch die Sachen besorgen kann, okay? Alles klar, mein Schatz, machen wir uns einen schönen Abend, oder? Also schnell, los. Es wird ein richtig toller Abend, Schatz, ich freue mich. Ich freue mich auch, mein Schatz.